In der Agentur für Arbeit in Wuppertal gab es heute wohl einen riesen Schreck. Um 12.10 Uhr gab es Hinweise auf eine Gefahrenlage, beziehungsweise es wurde der Amok-Alarm ausgelöst. Daraufhin wurden zahlreiche Spezialeinheiten von SEK und MEK aus NRW alarmiert. SEK, das ist das Spezialeinsatzkommando der Polizei und MEK ist das mobile Einsatzkommando der Polizei. Bestimmt zwei besonders nette Truppen. Hubschrauber kamen auch. Auf jeden Fall haben hunderte Polizisten über mehrere Stunden das Arbeitsamt durchsucht. Um 15 Uhr war der ganze Spaß dann aber auch schon wieder vorbei. Eine Dreiviertelstunde später dann wurden alle Absperrungen entfernt. Mitarbeiter und Kunden durften das Gebäude wieder verlassen. Anscheinend war das alles nur ein Fehlalarm gewesen. Es scheint, als habe eine neue Mitarbeiterin offenbar an ihrem PC den falschen Knopf gedrückt und so den Amok-Alarm ausgelöst. Ist dieser einmal ausgelöst, kann man ihn nicht mehr deaktivieren und ebenfalls muss dieser nicht erneut bestätigt werden. Ob der neuen Mitarbeiterin der folgenschwere Fehler aufgefallen ist, ist wohl noch unklar. So heißt es auf jeden Fall auf einer Facebook-Seite, die ich gefunden habe, Blaulicht aktuell Solingen. Falls ihr euch wundert, warum schon wieder Solingen, das war doch hier in der Agentur für Arbeit Wuppertal. Solingen und Wuppertal, das ist wohl eine Hood. Es handelt sich hier um die Agentur für Arbeit Solingen-Wuppertal in der Hünefeldstraße. Ich wundere mich auf jeden Fall über ein paar Sachen an dieser Geschichte. Erstens, ist es wirklich so einfach, einen Amok-Fehlalarm auszulösen? Einfach mal an der falschen Stelle das Häkchen gemacht und schon kommt der SEK-Großeinsatz. Zweitens, warum hat das drei Stunden gedauert, rauszufinden, dass das ein Fehlalarm war? Laut dem Chef der Arbeitsagentur hier da unten, Martin Klebe, ist das Verfahren, wenn ein Amok-Alarm ausgelöst wird, dass auf jedem Bildschirm der Alarm erscheint. Wo ich denke, wenn die schon einen Grad der Digitalisierung, einen solch hohen Grad der Digitalisierung und Vernetzung da in ihrer Agentur für Arbeit erreicht haben, dann kann es doch auch nicht so schwer sein, herauszufinden, von welchem Computer dieser Amok-Alarm ausgelöst wurde und da mal nachzufragen, was eigentlich los ist. Das kann doch nicht drei Stunden dauern. Was kann da drei Stunden gedauert haben? Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare. Drittens, laut diesem Chef der Agentur da unten, Martin Klebe, ist das Verfahren auch so, dass die Mitarbeitenden, wenn so ein Alarm auf dem Bildschirm erscheint, sich in ihren Zimmern einschließen. Das heißt, die Mitarbeitenden wurden also angewiesen, sich in den Büros einzuschließen und die Türen zu verbarrikadieren. Wo ich mich frage, ich weiß, es ist nicht so wichtig, weil es sind nur Arbeitslose, aber was passiert mit den Kundinnen und Kundinnen, die vielleicht noch irgendwo auf dem Flur rumstehen, irgendwo auf dem Weg sind oder vielleicht auf Toilette sind? Werden die auch irgendwie informiert, in Sicherheit gebracht? Sind die in diesem Notfallplan auch irgendwie berücksichtigt? Oder sind das alles, sobald dieser Amok-Alarm aufleuchtet, mutmaßliche Terroristen? Und die vierte Frage, wenn es jetzt ein echter Arbeitsloser gewesen wäre, der Amok gelaufen wäre, da in Solingen, Wuppertal, würden dann jetzt alle Arbeitslosen unter Generalverdacht gestellt, würden dann alle Arbeitslosen wie Terroristen behandelt werden? Ich frage das, weil wir sind hier schließlich in Solingen und in Solingen, da geht sowas. Ihr erinnert euch vielleicht an den Anschlag in Solingen, der gerade war, bei dem drei Menschen auf tragische Weise gestorben sind, getötet wurden. Und zu einem Zeitpunkt, als es noch keinen Täter gab, einen Tatverdächtigen, einen syrischen Tatverdächtigen, direkt danach wurden Abschiebungen nach Afghanistan möglich. Nach Afghanistan, zu den Taliban. Was den Menschen, die dort zurückgekehrt werden, passiert, das kann man sich ausdenken. Und was ich jetzt witzig finde, was ich sehr witzig finde an dieser Sache, dieser tatverdächtige Syrer, den haben die doch nur geschnappt, weil der offenbar nahe des Tatorts eine Jacke mit Papieren verloren oder weggeworfen hat. Wie schusselig diese Täter sind. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Anis Amri, der Lkw-Anschlag auf dem Berliner Weihnachtsmarkt. Ihr erinnert euch bestimmt. Da hatte der Täter seinen Ausweis im Lkw vergessen. Ups, wie schusselig. Zum Glück machen es die Täter der deutschen Polizei immer so einfach, fast zu einfach, um wahr zu sein. Oder was denkt ihr? Und zum Glück ist heute nichts passiert in der Agentur für Arbeit in Wuppertal. Und es war bestimmt eine gute Übung fürs SEK und fürs MEK. Mal so zusammen in Action, ein bisschen Praxisübung, bevor es richtig losgeht mit Menschenjagen und Massenabschiebungen. Vielen Dank an Diana Birkenbeul für die Info. Diana, unsere Bürgergeldi vor Ort in Solingen. Liebe Grüße nach Solingen. Passt gut auf dich auf. Passt alle gut auf euch auf. Vielen Dank an euch fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss.